Schuss, du gehst jetzt in die Desynchronisation. Platsch. Ja, das sah voll ungesund für die Hand aus. Ja, ich muss mich nicht verkonzentrieren, ich bin eigentlich sehr gesprächig. Oh Gott. Ja, ja, ich weiß, macht das alles ja, ja. Hi. Oh. Uh. Ey, guck, ähm, da ist niemand. Rechts, links, rechts. Dieses Licht entdeckt werden, ist doch voll für eine Arsch. Ach, das klappt doch. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Ja, das ist echt... Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stahldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Weiß ich nicht, aber ich werde jetzt hier 6.000 Feier-Suche brauchen. Also merke ich hier nicht rum, ja. Von hier vom Papst, Mann. Rodrigo Borgia, Alexander der Große Sechste. Jesus Christus, Mann. Ich habe mal letztens so eine Doku gesehen, ähm, über die Borgia. Und da gibt es ja jetzt noch so Nachkommen und... Echt, ohne Witz, da war so Nachkommen der aus der 18. Generation. Ja, die Borgia waren gar nicht so böse und irgendwann kommt das an die Welt und so ein Scheiß. Ich dachte so, Alter, nur weil es in den Familienvorfahren waren, können sie trotzdem böse gewesen sein. Das ist irgendwie immer so. Was soll ich denn jetzt lange machen? Auf jeden Fall echt, wow. Irgendwann kommt alles ans Licht und so. Dass die echt unwitzvoll grausam waren. Naarn. R Nancy das. Naarn. Naarn. Here we comes, here comes Re-Racer. Ja, komm, wir zurück hier. Wirst du wohl wiederkommen? Oh Gott. Na, na. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stirb doch. Ja, ja. Ganz ruhig brauner. Wird schon werden. Oh Gott. 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 Was war das denn? Ja, ich würde gerne ablegen. Ja, ablegen. Ja, das sieht echt nicht gesund aus. Ich muss doch jetzt nicht raus, oder? Ja, ich weiß. Du hast das schon gespielt? Ja, hab ich doch auch. Ja, warum weiß ich nicht, semi-blind? Alter. Ja, das mit ihm raus ist ja eine schöne Sache und so, ne? Beste, wo gibt's, Digga? Beste, wo gibt's? Wer ist die beste Frau? Ja, so schön, ne? Habste Freunde, die kommt so, let's please, ne? Nee, hab ich nicht. Bissingen. Wie, bissingen? Ja. Habt ihr schon mal mein Gesicht gesehen? Ja, Ezio, das ist auch echt klasse, was du da machst. Vollbring mehr solcher Taten. Kommen wir alle weiter. Uuuh, ich hab hundert Prozent geschafft. Stolz auf mich, Digga. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Eheer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein. Hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauch eure Hilfe nicht. Das glaubst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein! Habt ihr... Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich! Es war nicht meine Entscheidung, Monteregioni anzugreifen. Es war deine! Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Schon zu spät. Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater! Erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod! Sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat! Cesare, ich bin's. Deine Königin. Du bist meine Schwester. Mehr nicht. Wo ist der? Du hast mich nie geliebt? Ja. Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Woa! Intrigen, Lügen und alles, Digga. Niemand hört. Okay, das werde ich noch schaffen wollen. Nun gut, Cesare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Was tue ich dir denn hier? Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Ich will den Apfel! Oh Gott. Boah, die nervt mich irgendwie voll. Gib mir den Apfel! Tue ich dir weh! Gib mir den Apfel! Nicht dir! Ich will den Apfel! Er trifft doch nicht, oder? Er wird jetzt nicht treffen, oder? Ezio! Tue ich dir weh! Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Ich will den Apfel! Ich will einen Apfel! Die Vitamine gehört nicht dir, sondern mir! Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Ich will den Apfel! Ich will den Apfel! Ich weiß, wo der Bastard hin will! San Pietro! Der Pavillon im Innenhof! Habt Dank! Alles klar? Okay! Wie? Ich komm hier nicht mehr hoch! Dreck! Verklaberst du! Assassino! Katzo! Und ich kümmere mich später! Sei dir mal nicht so sicher, mein Freund, sei dir nicht so sicher! Oh, Baby, Baby, ich bin Assassino! Das hat's dir so sehr geil angehört! Nein, Spaß! Ja, kann's mal bitte weggehen! Ja, geh mal! Komm mal ab! Hopp! Hopp! Oh Gott! Was? Was hab ich gemacht? Wie? Ey, wette der Spacko ist da runter! Ja, natürlich! Klar, na... Ja, gut, ist das jetzt auch egal! Ey, ohne Witz, wenn der mit seiner eigenen... von seiner eigenen Dummheit da runterfällt, ne? Was kann ich denn dafür? Ja, nee, du... Hast du ihn angefasst? Ja, mit dem von Flatten in den Fehler brauch ich nicht! Was? Ja, super, jetzt hab ich... Oh, ich bin so ein Volldepp... ...der Leidenschaft, ey! Ja, haut ab! ...deh-deh-deh-deh-deh! Duh! die das ist es ist es ist es echter wird er wegen so kein spaß die der es nicht richtig laufen kann so schnell der herrschung sie erst mal Kannst doch! Er entkommt! Geh! Anholen! Schnell! Brecht ihm die Beine! Beine brechen ist echt unhöflich. Ist das nicht verboten? Geh! Ey, ich muss euch jetzt alle... Ja, egal. Ja, ja, er verblubelt mich mit den Fäusten. Weil ich eh nur 15% hab. Ja, ich mach das! Ja, das ist nicht verboten. Ja, ich mach das! Wie will jemanden töten? Verdammte Scheiße. Er ist schwarz. Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! Wie warte? Ich darf kein Schorn nehmen. Wache! Wache! Keine Gesundheit verlieren. Okay. Bei dem Apfel konnte ich doch nicht klettern, oder? Da. Apfel. Oh Gott. Konnte ich klettern? Konnte ich klettern? Ausprobieren! Ja, ich konnte klettern. Ich kann klettern! Ja, lass mich! Ich kann klettern! Wow! Wow! Okay, ich kriege ein Kind gerade. Ja. Ich bin eine Frau eigentlich. Wow! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Wow! Leute! Leute! Weg! Ich habe hier einen Apfel, der... Kennt ihr Gold-Apfel? Ne, ja, ist so einer. Ja, er singt bloß für mich. Das gibt mir Power. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt darf ich nur nicht von einem Stein getroffen werden. Ich darf nicht von einem Stein getroffen werden. Oh! Noch nie geschafft! Noch nie geschafft! Oh, ein bisschen stolz bin ich auf mich, ne? Oh Gott! Oh! Oh! Das war ja... Oh! Ich hätte mir fast in die Hose gestrollert. Oh! Oh Gott! Jesus Christus! Rodrigo Borja ist tot. Und, Cesare? Vergift! Vergelt! Vergelt! Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Herze werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt. Doch brauchen wir ein Heer! Wir haben eins. Die Fresse von Essie ist voll dumm. Oh, dann geht es da keine 100% oder so. Das finde ich voll spooky, äh... Vergehele... Scheiße! Hört ihr das? Knacken! Das Koffer hat mein Headset, weil das Mikro so wackelt. Voll eklig! Das ist ja... Das ist ja schon! Das ist ja schon! Das ist ja schon... Das ist ja schon. Ich habe... Ihr müsst sie finden. Die sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten. Micheletto wird bald mit meinem Herkommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Legt euch doch nicht an, Jungs. Das mag ich wie kein Bierchen trinken, aber... Oh nein. Oh nein. Lass mich, ich hab ein bisschen zu betrieben. Ihr müsst in meinem Umkreis stehen. Ich mag den Apfelfeuer, Alter. Aua. 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 Leute, ey. Das hat irgendwie keine Auswirkung auf dich. Sehe ich das gerade richtig? Sehe ich das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017